Grüßt euch, ich bin der Mani und ich zeig euch heute wie wir unsere Gürtelschnallen bauen. Gürtelschnallen in Ruhe fahren wir mal. Wir haben das ja schon öfters gezeigt gehabt, denke jetzt aber seit langem, ich muss noch darauf verweisen, dass wir das bei uns schon mal gesehen haben und darum machen wir das heute noch mal ausführlich als ein kleines Video zwischen uns einmal. Wir fangen um mit einem großen Nagel, das ist eine große Aussichtssache. Dann spannen wir einmal kurz ein. Dann spannen wir hier wieder relativ kurz ein. Tiefe mitte hier. Und das gleiche nochmal. Und dann für eine Grande. Wir haben jetzt hier noch eine Öffnung, das ist ein bisschen verbogen. Das ist ganz normal aus dem einfachen Grund, dass ich den Nagel da wegstehen lassen muss. Aber das ist nichts was uns stört. So, Spitze und Kopf entfangen vom Nagel. Dann können wir schon mal anfangen, das ein bisschen nachzurichten, auszurichten. Bevor Sie den jetzt ganz auf Flucht richten. Schaut es immer, der Spalter ist noch ein bisschen da, von der Breite her. Ich gebe ihm jetzt von der drüberen Seite noch einen kleinen Schlag. Da waren es bloß 89,90 Grad. Jetzt schauen wir, dass das noch passt hoffentlich. Jetzt haben wir ein ziemlich schönes Viereck. Dann haben wir den Schließnagel. Den beginnen wir damit, dass wir ihn klöpfen. Ohne Prozess klöpst du den einfach. Muss sein. Wir haben hier so ein rundes Zangerl. Wenn man sowas nicht hat, oder wenn einem das zu klein ist, kommt uns ein Spitzzangerl. Normalerweise macht eigentlich auch eine schöne Rundung hier. Das ist halt komplett rund. Da bringen wir jetzt nicht einfach den Nagel einmal sauber rum. Circa 180 Grad, aber auch nicht mehr. Ihr müsst ihn ja noch auffädeln. Und wenn ihr ihn aufgefädelt habt, könnt ihr ihn ohne Probleme im Schraubstock weiter bürgen. Das ist eine schöne Schließe. Man kann auch einen Hammer hernehmen, aber mit dem Mann seine Bratzen braucht man keinen. Ich hab den großen Nagel ohne Hammer gewonnen, weil der will den kleinen Nagel ohne Hammer bürgen. Das ist einfach ein Viech. Genau, so schaut jetzt die Rohschnalle aus. Ob ihr jetzt erst gezeigt habt, die andere. Gehen wir zum Leder. Das ist einfach ein Fetzen von unserem weißen Leder. Das haben wir ja seitdem wir die Couch geschlachtet haben. Meine gute Couch. Nein, die deiner Tochter. Die hat es schon lange nicht mehr gehört zu dem Zeitpunkt. Auch wenn das jetzt vielleicht geil ist, zahlst du es einmal. Aber das ist so ein Tipp, bevor man eine Leder Couch wegschmeißt. Auf alle Fälle das Leder herunterschneiden. Da kann man lange was damit basteln. Genau, darum nehmen wir das jetzt auch für das Video her. Weiß haben wir am meisten. Und weil es ist jetzt nicht unbedingt die gewünschteste Farbe für Schilde. Ab und zu kommt das auch geil. Das ist natürlich schon richtig. Aber nicht immer. So, jetzt messe ich hier und komme so auf, ja, ich sage einmal knappe 2,5 cm. Und bei der anderen haben wir auch so um die 2,5 cm. Und den wir einmal bei 2,5 cm leicht ein Ritzer reinmachen. So, oder? Für eine Schnalle. Dann müssen wir jetzt schauen, was für eine Länge wir planen. Ihr müsst es bedenken, das Leder muss um den Nagel komplett rumgehen. Und allein das sind schon gute 2,5-3 cm. Den Umfang vom Nagel auf Lederdicke gerät. Und dann braucht es ja noch was, um das Leder auf Leder zu tun. Also, wir denken es ja meistens Nürten. Ich habe da hinten noch mehr schöne Nürten hingemacht. Ich zeige euch in dem Video jetzt auch, dass da der Partix ganz gut geht. Der Kontaktkleber. Man kann das natürlich auch nähen oder irgendwelche Klammern reinhauen oder sonst was. Möglich ist es früh. Wie gesagt, unsere 2 am besten funktionierenden Methoden zeigen werde ich jetzt einmal. Dazu brauche ich aber, damit ich das auffadeln kann, erst einmal hier ein Loch. Reihe ich mir bitte die Lochenzange. Jawoll. Lochzange. Der Nagel ist ein bisschen dick, also tatsächlich. Das geht ziemlich hin. Die Lochzange darf ein Muckisägerchen kleiner eingestellt sein wie der Nagel, aber natürlich nicht zu weit weg. Und schaut da immer, dass der selber aufliegt. Auch wenn die Lochzange eigentlich so einen Einrastpunkt hat, aber wenn das dann nicht ganz exakt aufeinander liegt, dann wird es auch kein schönes Loch nicht. Da muss man immer ewig rumdrucksen. So, wo waren wir? Fangen wir mal mit der Niete an. Dann werden wir einfach im gefalteten Zustand an. So ein Zentimeter anfangern. Ich denke, die Lochzange schön drehen. Beim doppelten Leder haben wir immer noch den Vorteil, dass man dann auf der Rückseite nochmal stecken kann. Und dann geht das normalerweise sehr gut raus. Und das drehen wir jetzt einfach über die ganze Länge. Wenn das da an dem Nagel liegt, fällt das gar nicht mehr auf, dass das ein bisschen rauer oder glatter ist, weil das eh ziemlich unterm Nagel verschwindet. Ihr seht ihr, ich kümme jetzt noch gar nicht ganz rum. Ich muss noch ein bisschen ziehen das Leder, dass es ganz über den Nagel geht. Auch das tut jetzt am Anfang den Nagel nochmal mit Reibung versehen. Dadurch geht auch der Gurt. Es geht streng und streng finde ich, ist nicht schlecht. Und jetzt nehme ich hier meine Beilagscheibe. Und die soll ziemlich am Nagel sein. Und ob wir jetzt zurück die Beilagscheibe mit der Lochzange durchgehen oder ob ich mir einen Punkt setze, wo die Mitte ist, das ist ja irrelevant. Wunderschön. Einmal die Beilagscheibe aufführen. So, jetzt ich habe es einen im Nippenkopf, der ist fertig. Der ist schön, den empfehle ich oben hin zu machen. Gerade wenn man noch nicht so geübt ist. Also. Zum Nieten am besten einen Zuhalter. Machen wir die mal von rechts drauf. Genau. Dann müssen wir das Ganze zuerst einmal stauchen. Das aus dem Leder und der Ding. Also das ist hohl. Das aus dem Leder. Und die Scheiben und Alben. Die Spannung raus ist. Und das hohle Innen ist nicht so lange wie unsere Nieten. Darum habe ich es auch gerade eben schon abzweck gehabt. Dann gehen wir nach ganz unten und lassen so viel übrig, dass ein Kopf draus wird. Das ist so ein bisschen eine Gefühls Sache. Es sind so, mei. Acht Millimeter rum. Plus, Minus. Und hat jetzt wieder ein bisschen gelockert. Und dann machen wir nochmal stauchen. Und jetzt können wir den Kopf hier erarbeiten. So, jetzt habe ich für einen komplett runden Kopf zu wenig Material übrig lassen. Das war aber Absicht, weil mir innere Nietenköpfe immer abflachen. Das ist einfach. Genau. Ihr habt ja die Niete irgendwo an der Hand oder am Arm anliegen. Und da ist einfach das Flache angenehmer. Das war es schon. Ist keine Zauberrei. Kommen wir zur anderen Variante. So liegt es noch im Video. Könnt ihr euch noch ein bisschen anschauen. Das ist im Endeffekt auch das selbe. Bloß ohne das Nietenloch. Wir gehen um den Nagel und wie ihr wieder seht. Das sind fast 3 cm. Wir brauchen schon auch ein gutes Stück Lebefläche. Also, wir können da hinten nochmal ein Zeilenmeter wegschreiben. Wenn es jemals ist, ist es zu lang. Das können wir immer noch. Aber wir können nicht mehr länger werden. Also, geil ist es da nicht. Wunderbar. So, und weil ich es jetzt erst gesagt habe. Und wie kräftig ich mache bin. Jetzt nochmal am Brett. Nicht freihändig. Es ist zwar ein bisschen lang. Man könnte jetzt auch ein Stück Meter statt nehmen. Tada. Rauschneiden geht genauso. So. Schauen wir das Ganze mal wieder. Aber jetzt. Wunderbares Leder. Schnelle geht schön streng. Ich habe da hinten einen Haufen Leder, das was noch übrig ist. Und kann jetzt im Endeffekt sagen, da wo das Loch aufhört, fange ich mit meiner Schräge an. Und das mache ich jetzt kleiner. So, wunderbar. Patex. Ich kriege kein Geld von Patex. Es ist keine Werbung. Es ist meiner Meinung nach der Kleber. Ich kenne nicht meinen anderen. für solche Sachen. Für solche Sachen. Für solche Sachen. für solche Sachen. Und auf die ganze Kontaktfläche, die ich kleben möchte. hier natürlich. Ja, jetzt ist der abgelüftet. Man weiß, ob ihr es am Video sieht, der glänzt jetzt nicht mehr so wie vorher. Und dann ziehen wir den hier rüber. Schön gerade am besten. Und weil Patex auf Druck reagiert, würde ich empfehlen, dass du ihm noch eine mitgibst. Das ist jetzt schon sehr schön. Jetzt sehe ich, das ist da noch nicht geschaut. Erstmal einen Lederaufhänger. Ah, stimmt, genau. Und der zweite, die Armschlinge ist auch mit dem gemacht. Eine Armschlinge. Die Armschlinge ist da drauf. Die ist jetzt sogar nicht auspulstert. Einfach Lederfetzen. Schön die Spitze, ein paar Lecher, dass es für jeden passt. Mit einem Quitzgerief. Aber da sieht man das, wie das eigentlich zum Schluss wird am Schild ausschockt. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, da haben wir noch ein paar Videos von uns. Und hier hätten wir noch unseren Abo-Button. Wenn ihr uns zu ruhig gefreut, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Und außerdem sind wir jetzt auch auf Instagram. Die Schildmacher offiziell. Bis demnächst. Servus. Pfitt euch.